Worum geht es eigentlich in der Informatik? Es geht sicherlich um viele Dinge. Sie wissen selbst, wie breit und vielfältig und bunt unser Fachgebiet ist. Aber trotzdem kommt man letztlich immer wieder auf den Kern zurück, dass wir daran arbeiten, Probleme mit Computern zu lösen. Und wenn man das so formuliert, Problemlösen mit Computern, dann erscheint die Informatik natürlich erst mal als eine Ingenieursmäßige Disziplin, bei der es also darum geht, mit Geschick, mit technischem Sachverstand schwierige Herausforderungen aus Anwendungsfeldern zu bewältigen und das möglichst gut umzusetzen. Das stimmt natürlich auch zu großen Teilen. Es gibt viele solche Fragestellungen in der Informatik. Es geht darum, wie kann ich ein Problem effizient lösen, wie kann ich es implementieren. Dazu brauche ich eine Menge Wissen, auch eine Menge Talent beim Verwenden der Programmierwerkzeuge. Ich brauche schnelle Hardware, ich brauche immer schnellere Computer vielleicht. Und man könnte, wenn man nicht selbst in der Informatik ausgebildet ist vielleicht, wenn man von außen drauf guckt, denken, dass darin das Fachgebiet im Wesentlichen erschöpft ist. Man versucht halt, möglichst schnell zu sein, möglichst gute Lösungen zu finden. Eine ganz wichtige Erkenntnis aber, die schon früh in der Informatik gewonnen wurde, vielleicht noch bevor die praktische Relevanz so groß war wie heute, ist es, dass die Schwierigkeit, ein Problem auf Computern zu lösen, eine Eigenschaft des Problems ist. Und dass sie nicht unbedingt dadurch überwunden werden kann, dass man mit Talent, Geschick oder Erfahrung eine bessere programmatische Lösung findet, einen schöneren Algorithmus sucht. Und dass sie vielleicht auch nicht dadurch überwunden werden kann, dass man schnellere Rechenmaschinen baut. Und das ist eine ganz wesentliche Einsicht gewesen der Informatik, dass Probleme selbst mit einer bestimmten Schwierigkeit kommen und dass sie also inhärent solche Eigenschaften haben. Dass man sie außerdem untersuchen kann, ohne dass man über spezifische Computer nachdenkt, dass man über spezifische Programmiersprachen nachdenkt. Dass also vieles in der Informatik herausgefunden werden kann, unabhängig von der Technologie, die wir gerade dieses Jahr oder nächstes Jahr oder in zehn Jahren oder in hundert Jahren verwenden. Und das ist eine sehr schöne Eigenschaft, eine Eigenschaft, die die Informatik auch an vielen Stellen über die reine Ingenieurwissenschaft hinaus hebt und ihr auch einen wichtigen mathematischen grundsätzlichen Anteil verleiht, der uns auch erlaubt, Erkenntnisse zu gewinnen, die nicht rein technischer Natur sind, sondern die uns vielleicht auch ein bisschen dahin bringen, dass wir ein Problem besser verstehen. Und auch die grundsätzliche Aufgabe, die wir uns stellen, wenn wir ein bestimmtes Problem lösen möchten, besser durchdringen können. Was letztlich vielleicht auch wieder zu besseren Algorithmen führt, aber vielleicht auch in manchen Fällen dazu führt, dass wir feststellen, dass ein bestimmtes Problem nicht das Problem ist, was wir versuchen sollten zu lösen, sondern dass wir vielleicht eine Abwandlung suchen müssen, die praktischer zu behandeln ist. Okay, das war eine abstrakte Einleitung. Jetzt möchten wir ein bisschen konkreter werden. Ich möchte in diesem Video sprechen über die ganz erste Hinführung, Grundlage zu diesem Verständnis der Informatik. Ich möchte Ihnen eine kurze Einleitung geben in die Komplexitätstheorie. Und das wird notwendigerweise sehr kurz sein in diesem Grundlagenkurs. Es soll im Wesentlichen schon alles in diesem Video besprochen werden. Und damit werde ich natürlich einiges zusammenfassen raffen. Man kann viel mehr darüber erzählen. Darüber gibt es später sicherlich noch mehrere Videos, die Sie sich anschauen können. Willkommen also zurück. Mein Name ist Markus Krötsch. Wir sind hier bei einer Videoreihe zum Thema formale Sprachen und Automaten. Und das Thema, was ich jetzt hier am Ende noch Ihnen erläutern möchte, passt da auch sehr gut rein, auch wenn es etwas anders und auch etwas allgemeiner angelegt ist, als das, was wir vielleicht bisher besprochen haben. Falls Sie die anderen Videos nicht gesehen haben, können Sie trotzdem hier einsteigen. Ich denke, das meiste, was ich erzählen werde, ist auch gut nachvollziehbar, ohne dass man die speziellen Hintergründe aus diesem Kurs schon mitbringt. Beziehungsweise vielleicht haben Sie ja diese Hintergründe auch schon aus anderen Kursen. Was ich beim letzten Mal und überhaupt in den letzten paar Videos getan hatte, war, ich hatte über Aussagenlogik gesprochen und über das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik. Ja, Sie erinnern sich, eine logische Formel, ein sehr einfaches Konstrukt, letztlich kann dadurch, kann ausgewertet werden unter verschiedenen Wertzuweisungen. Und die Frage, die wir da gestellt haben, war einfach, ist es überhaupt möglich, irgendeine Wertzuweisung zu finden, für die die Formel war. Und beim letzten Mal hatte ich die etwas seltsame Frage gestellt, wie dieses Problem der Aussagenlogischen Erfüllbarkeit eigentlich in unsere klassenformaler Sprachen passen. Ja, wir haben ja über reguläre Sprachen gesprochen und über andere Sprachen der Chomsky-Hierarchie. Und wie ich festgestellt hatte, kann man ja auch für dieses Erfüllbarkeitsproblem eine Sprache definieren, nämlich einfach die Sprache aller Formeln in einer passenden Kodierung natürlich, die erfüllbar sind. Das heißt, dort sollten alle Wörter enthalten sein, die eine solche Formel kodieren. Und ja, das ist zweifelslos eine formale Sprache, aber wie wir gesehen haben, passt sie nicht so richtig in die Chomsky-Hierarchie. Es scheint eine etwas seltsame Frage zu sein. Trotzdem ist die Untersuchung gerade dieser formalen Sprache extrem wichtig für die Informatik. Also man könnte fast sagen, einige der ganz großen Fragen unseres Fachgebietes drehen sich zu einem gewissen Grad um genau diese spezifische formale Sprache. Kann Aussagenlogik so wichtig sein? Ja, wir werden es noch sehen. Das heißt, wir möchten mal überlegen, wie wir weiter in dieser Frage kommen können. Was ist denn die richtige Sprachklasse für dieses Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik, das sich als SAT bezeichnet hat? Und da kann man im Prinzip so vorgehen, wie wir das auch bei den anderen Sprachklassen gemacht haben. Und man kann sich überlegen, welches Berechnungsmodell, welche Art von Algorithmen ist denn genau die richtige und am ehesten die passende dafür, um dieses Problem zu lösen. Und da hatte ich gesagt, naja, die endlichen Automaten tun es nicht, regulär ist die Sprache nicht. Die Kellerautomaten reichen in den normalen Fällen, die wir kennen, auch nicht. Turing-Maschinen reichen aus, selbst dann, wenn man ihren Speicher beschränkt. Aber das war noch keine besonders gute Passung. Und um noch mehr solche Modelle zu finden, also Automatenmodelle, Berechnungsmodelle, die man als Kandidaten jetzt verwenden kann, möchte ich in diese Richtung weitergehen und schauen, was wir denn noch mit Turing-Maschinen machen können, wie wir sie vielleicht noch anders beschränken könnten, um eine noch etwas besser passende Klasse von Algorithmen zu finden. Sie wissen natürlich auch, wie immer allgemein, Turing-Maschinen kann man wunderbar formal mathematisch definieren, aber letztlich, wenn wir informell darüber sprechen, können Sie im Kopf auch gerne den Begriff Turing-Maschine mit dem Begriff Algorithmus ersetzen. Eine Turing-Maschine ist nichts weiter als eine besonders verarmte Kodierung für Algorithmen, für Software, die wir verwenden, weil man mit so einer besonders einfachen Darstellung, im Sinne von ärmlich, featurearm, viel leichter viele Eigenschaften zeigen kann, als wenn man das mit einem komplexen Algorithmus in Python oder Java oder Rust oder was auch immer tun würde. Okay, aber wir brauchen die genauen Definitionen von Turing-Maschinen eher wenig und Sie dürfen gern einfach über Algorithmen nachdenken und das intuitiv betrachten für dieses Video. Okay, jetzt komme ich zu der Folie, die ich gerade schon mal kurz eingeblendet hatte und zwar möchte ich also beginnen damit, dass ich Turing-Maschinen beschränke. Das kann man auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen tun, also bei den linear beschränkten Automaten, die ich im letzten Video erwähnt hatte, da sagt man, der Speicherplatz, den die Turing-Maschine zur Verfügung hat, der ist beschränkt durch die Gesamtlänge der Eingabe. Man darf nichts beschreiben, was nicht in der Eingabe vorhanden ist. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann die Zahl der verwendeten Speicherstellen, den Speicherumfang, den der Algorithmus verwenden darf, beschränken. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich, ich kann die Zeit beschränken. Ich kann also festlegen, wie viele Berechnungsschritte dieser Algorithmus maximal durchführen darf, bevor ein Ergebnis feststehen muss, wenn es überhaupt eines geben soll. Okay, das sind zwei gängige Beschränkungen. Man kann noch ganz viele andere Dinge tun, die ich hier nicht im Detail besprechen möchte. Wenn ich jetzt solche Beschränkungen mache, dann möchte ich diese nicht absolut und fest beschränken. Das wäre relativ langweilig, wenn ich sage, ich betrachte nur Algorithmen, die höchstens 1000 Berechnungsschritte verwenden oder die höchstens eine Million Speicherzellen beschreiben. Dann kann ich damit nicht sehr viel darstellen. Ganz einfach deshalb, weil die möglichen Konfigurationen, die so ein Algorithmus, so eine Maschine während ihrer Berechnung einnehmen kann, dann von vornherein endlich werden. Also mit einer Million Speicherzellen kann ich ziemlich viele Konfigurationen darstellen, aber trotzdem sind es endlich viele und die Übergänge zwischen ihnen sind auch durch den Algorithmus fest vorgegeben. Das heißt, am Ende wäre das, was ich damit berechnen kann, nur das Gleiche, was auch ein endlicher Automat schon kann. Da brauche ich die ganze komplizierte Modellierung von Speicher- und Turing-Maschinenübergängen überhaupt nicht. Da könnte ich mit einfachen Zustandsübergängen arbeiten. Das heißt also, Schranken sollen nicht fest sein, sondern was man in diesen Fällen macht, ist, man gibt die Schranken als Funktion an bezüglich der Länge der Eingabe. Das ergibt intuitiv Sinn. Längere Eingaben sollten mehr Ressourcen erhalten, um bearbeitet zu werden. Je länger die Eingabe, desto mehr Zeit, desto mehr Speicher möchte ich zur Verfügung stellen. Das ist auch das, was wir im Prinzip bisher gemacht hatten, genau bei diesen linear beschränkten Automaten. Das, was letztlich einfach nur Turing-Maschinen sind, die den verfügbaren Speicher auf die Anzahl der Symbole in der Eingabe beschränken. Das heißt, die Funktion, die hier kodiert wird, ist eine, die die Länge der Eingabe n auf einen Maximalwert von n Speicherzellen abbildet. Also eine einfache, lineare Funktion. Deshalb auch linear beschränkte Automaten, nicht wahr? Okay, das also schon uns geläufig. Man kann auch mit vielen anderen Funktionen beschränken, aber um das zu tun, bietet es sich oft an, ein bisschen allgemeiner noch zu werden und keine ganz, ganz speziellen Funktionen anzugeben, sondern sich eher in großen Klassen von Funktionen auszudrücken. Also Sie kennen das. Man spricht oft eher von polynomiellem Laufzeitverhalten oder eben von linearem und nicht von einer ganz bestimmten linearen Funktion oder einem ganz bestimmten Polynom. Und um dahin zu kommen, ist es hilfreich, die O-Notation zu verwenden, die Sie hoffentlich noch gut in Erinnerung haben aus Ihren Algorithmenkursen. O-Notation mit großem O wohlgemerkt. Es gibt auch die mit dem kleinen O, das ist etwas anders definiert. Die ist eine Möglichkeit, Funktionen zu charakterisieren bezüglich Ihrem asymptotischen Verhalten. Was bedeutet das? Das ist letztlich nichts weiter als das Verhalten, das diese Funktion zeigt, wenn man sehr große Werte in der Eingabe hat, also immer größer werdende. Das heißt, die Frage, die wir stellen, ist nicht so sehr, was ist der genaue Wert der Funktion am Anfang, sondern es geht nur darum, wie entwickelt sich die Funktion, wenn man lange Zeit ihre Entwicklung verfolgt. Was dominiert dort die Entwicklung, wohin geht da die Reise? Und das drückt man, wie gesagt, mit der O-Notation aus. Hier ist die Wiederholung dieser Definition. Wenn wir Funktionen, wenn wir Funktionen F oder G haben, die natürliche Zahlen als Eingabe nehmen, ja, also bei uns ist alles normalerweise diskret, eine Eingabe hat eine natürliche Zahl als Länge. Und bei der Ausgabe bin ich ganz liberal, dann nehme ich mal eine reelle Zahl aus, dann darf ich schreiben, dass F in O von G liegt, wenn gilt. Es gibt eine Zahl C größer 0 und eine Zahl N0, das ist eine natürliche Zahl, sodass gelten sollte, für jedes N größer N0, also für jede Eingabelänge jenseits dieser Startzahl N0 gilt, dass F von N kleiner gleich C mal G von N ist. Mit anderen Worten, am Anfang, also das heißt für kleine N könnten F und G sich irgendwie zueinander verhalten, vielleicht ist F viel größer und G ist noch recht klein und kommt nicht so richtig vom Fleck, aber irgendwann gibt es eine Zahl N0 und ab dieser Zahl wird F immer deutlich von G übertroffen werden. Oder vielleicht zieht G auch mit F gleich im Wesentlichen abzüglich bestimmter linearer Konstanten, die wir hier mit C ausdrücken. Also die O-Notation versteckt also zwei Dinge. Erstens versteckt sie, dass bei kleinen Zahlenwerten die Werte vielleicht ein wenig durcheinander gehen und man noch nicht dieses asymptotische Verhalten sieht. Und zweitens versteckt sie lineare Faktoren, die wir immer zulassen und die uns in der Regel wenig interessieren. Dafür gibt es auch prinzipielle Gründe, da kann man auch einiges dazu sagen, aber das werde ich hier nicht machen. Im Wesentlichen bedeutet, dass das F nicht wesentlich schneller wächst als G, abzüglich dieser linearen Faktoren. Man kann also diese Beziehung hier auch fast wie eine Art kleiner gleich auffassen. F ist kleiner gleich G, wäre eine intuitive Darstellung davon, was man hier ausdrückt. Okay, das ist also die O-Notation und sie erlaubt uns etwas gröber zu sein und nicht die ganzen Details der Funktionsdefinition in Betracht zu ziehen. Sie kennen das vielleicht auch mit anderen Schreibweisen, das gibt verschiedene Versionen davon. Manchmal schreibt man statt dieser F-Element O von G auch F ist gleich O von G. Das ist relativ weit verbreitet, hat aber den kleinen Nachteil, dass dieses Gleichheitszeichen dann keine symmetrische Gleichheitsrelation ist. Also O von G gleich F ist keine gängige Ausdrucksweise und ergibt auch nicht viel Sinn. Die zweite Notation, die auch häufig gebraucht wird, ist, dass man statt F-Element O von G schreibt F von N Element O von G N. Das heißt also, manchmal erwähnt man die Bezeichnung des Eingabeparameters ganz explizit. Und das kann man natürlich auch mit Gleichheitszeichen tun. Das machen wir mal so, mal so. Das sollte Sie hoffentlich nicht allzu sehr verwirren. Die zweite Art der Schreibweise, bei der das N vorkommt, eignet sich vor allem dann, wenn man die Funktion konkret aufschreiben will. Wie zum Beispiel hier in dem Beispiel. Also dieses Polynom 10 mal N hoch 3 plus 42 N Quadrat minus N plus 100 ist in O N hoch 3. Und Sie sehen, was ich meine. Das vereinfacht uns die Darstellung. Der wesentliche Teil hier ist die kubische Entwicklung. Hier sind noch andere Teile da. Und gerade am Anfang bei niedrigen N werden die eine große Rolle spielen. Aber wenn wir sehr große Zahlen hier sehen, dann wird nur noch dieser N hoch 3 Teil wichtig sein. Und dieser Faktor von 10, den können wir auch weglassen. Okay. 2 hoch N plus N hoch 2000 ist in O 2 hoch N. Also dieser Polynomielle Teil, auch wenn er extrem schnell wächst und auch wieder am Anfang dominant ist, wird irgendwann völlig irrelevant werden, wenn die N nur groß genug sind. Man geht relativ schnell bei einer exponentiellen Funktion. Und auch sowas kann man feststellen. 2 hoch 729 ist einfach in O 1. Ja, 1 die konstante Funktion, die immer den Wert 1 hat, weil alle Konstanten in dieser Klasse liegen. Also in diesem Sinne ist auch diese astronomisch große Zahl oder überastronomisch groß, wie ich schon mal argumentiert habe, große Zahl. Nichts weiter als ein linearer Faktor vor der 1. Okay. Gut. Das also ist die O-Notation und wir verwenden sie gern, um über die Ressourcen zu sprechen, die ein Algorithmus braucht. Das kennen Sie schon als Algorithmen, wo man über konkrete Verfahren spricht. Ja, Sortierverfahren mit verschiedenen Laufzeitverhalten und so weiter und so fort. Und da will man auch meistens relativ konkrete Funktionen sich anschauen. Das können wir jetzt nutzen, um über Beschränkungen von Turing-Maschinen zu sprechen. Mithilfe dieser O-Notation. Ja, also wenn ich jetzt irgendeine Funktion F habe, wieder von natürlichen Zahlen zu reellen hin, dann kann, und eine bestimmte Turing-Maschine M betrachtet, ein Algorithmus, dann kann ich sagen, diese Turing-Maschine ist OF-zeitbeschränkt, wenn es irgendeine konkrete Funktion G gibt, die in OF liegt, sodass M für eine beliebige Eingabe W über einem Eingabealphabet nach maximal G von Länge von W Schritten anhält. Also mit anderen Worten, G gibt eine obere Schranke an, die festlegt, wie lang diese Turing-Maschine rechnen darf. Und diese Schranke hängt ab von der Eingabe und G kann sehr spezifisch sein, die kann also eine sehr spezielle Entwicklung zeigen. Aber das Wichtige, was uns interessiert, ist, dass G irgendwann asymptotisch von F angenähert wird oder von F beschrieben werden kann. Das heißt, wir interessieren uns nur für das Verhalten, was in Richtung Unendlichkeit sich durchsetzt. Das Gleiche kann man mit Speicherbeschränkungen machen. Eine Turing-Maschine heißt OF-speicherbeschränkt, wenn es eine eben solche Funktion G gibt, die für eine beliebige Eingabe uns sagt, wie viele Speicherzellen die Turing-Maschine maximal verwendet. Und auch hier verlangen wir, dass die Turing-Maschine hält in der Regel und darf zuvor maximal so viel Speicher verwendet. Das mit dem Halten ist nicht besonders wichtig an der Stelle, aber es ist ganz praktisch, das hier dazu zu sagen, da wenn ich nur den Speicher beschränken würde, es an sich noch nicht klar ist, dass die Turing-Maschine hält. Sie können auch mit wenig Speicher eine Endlosschleife programmieren. Und insofern ist hier nicht sichergestellt, dass der Algorithmus am Ende irgendwann stoppt. Andererseits kann man einen Algorithmus, der nur beschränkt viel Speicher nutzt, wenn er irgendwie nicht stoppen sollte, immer so modifizieren, dass er erkennt, wenn er die gleichen Abläufe wiederholt und dann trotzdem stoppt. Und das ist deshalb möglich, weil das Verhalten irgendwann periodisch werden muss. Wenn man nur endlich viel Speicher zur Verfügung hat, dann wiederholt sich irgendwann alles, was man getan hat. Oder man kann nicht unendlich langlaufen. Also das heißt, man kann das erkennen in diesem Fall. Im Gegensatz zum allgemeinen Fall, Sie wissen, Haldeproblem unentscheidbar können wir nicht lösen. Zumindest nicht algorithmisch. Okay, das also sind Zeit- und speicherbeschränkte Turing-Maschinen. Hier haben Sie also eine Menge Automaten. Also wenn Sie jetzt mal zurückdenken an unsere Chomsky-Hierarchie, wo wir mit im Wesentlichen vier Klassen von Automaten gearbeitet haben. Endliche Automaten, Kellerautomaten, linear beschränkte Turing-Maschinen und die Turing-Maschinen allgemein. Dann wird Ihnen hier sicherlich fast schwindelig, wenn Sie darüber nachdenken, wie viele Klassen von Automaten ich jetzt auf einen Schlag hier definiert habe. Für jede Funktion f können wir ja hier eine Klasse von Automaten ableiten. Und gut, die sind nicht alle unterschiedlich. Manche verschiedene Funktionen f haben im Prinzip die gleiche O-Klasse. Aber es gibt unendlich viele, die echt unterschiedlich sind. Schon für die Polynome, ja. n², n³, 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 alles unterschiedliche O-Klassen, alles unterschiedliche Klassen von Turing-Maschinen. Okay. Damit haben wir jetzt eine ganze Menge Automaten-Modelle, unter denen wir auswählen können, wenn wir irgendwas Spezielles charakterisieren wollen. Vielleicht noch ein bisschen zu viele. Ein bisschen vereinfachen wollen wir es wieder. Okay. Beispiele finden sich leicht. Ein linear beschränkter Automat ist im Wesentlichen eine O-N-Speicher-beschränkte Turing-Maschine. Hier sind Sternchen dran. Das stimmt nicht ganz. Die Art, wie ich es definiert habe, war minimal anders. Aber es ist im Prinzip äquivalent und man kann leicht sehen, dass man das Gleiche damit berechnen kann. Noch ein Beispiel, auch interessant. Der naive Erfüllbarkeitstest für das SAT-Problem ist O2 hoch N zeitbeschränkt. Welcher war überhaupt der naive? Wir haben einige naive kennengelernt. Zum Beispiel, wenn Sie für eine gegebene Formel die gesamte Wahrheitswertetabelle ausrechnen und dann nachschauen, ob ein Wert darin wahr ist. Oder die Wahrheitswertetabelle systematisch durchgehen und schauen, ob Sie einen wahren Wert dabei entdecken. Das kann exponentiell lang dauern. Ja. Okay. Gut. Das also gibt uns die vielen Automatenmodelle. Aber das ist noch nicht ganz das, was wir wollen. Wir wollen eigentlich eher Sprachklassen, so wie wir das bei Chomsky hatten. Das ist ja durch reguläre Sprachen zum Beispiel die Klasse der Dinge, die ein regulärer Automat erkennen kann. Und genauso können wir es jetzt hier auch machen mit irgendwelchen Automatenklassen, die wir durch diese Beschränkungen erhalten, können wir jeweils auch leicht passende Sprachklassen definieren. Das mache ich erstmal für deterministische Turing-Maschinen und für Zeit und Raum. Sehr einfach. Wenn ich irgendeine Funktion f gegeben habe wieder, dann kann ich eine Klasse definieren, die man gemeinhin die Time nennt. Deterministic Time von f n. Das n dürfen Sie auch weglassen. Das ist die Klasse aller Sprachen L, die durch eine OF, zeitbeschränkte Turing-Maschine, entschieden werden können. Ja, also das heißt, wir gehen jetzt vom Automatenmodell zu den Sprachen, die diese Automaten erkennen können. Und genau das gleiche kann ich mit Speicher machen. Dann nennt man die Klasse D-Space. Okay. Okay, uns wird schon wieder schwindelig. Wir haben also jetzt nicht nur sehr viele Klassen von verschiedenen Automaten, sondern auch passend zu jeder eine Klasse von Sprachen, die auch irgendwo sein könnte. Im Vergleich zu unseren regulären Typ 0, Typ 1, Typ 2 Sprachen wären auch diese Klassen jetzt irgendwo einzuordnen. Ist das überhaupt noch eine Hierarchie oder was passiert hier? Also ist das eine Erweiterung von Chomsky oder etwas ganz anderes? Ja, vielleicht beides ein bisschen. Ich versuche das ein bisschen zusammenzubringen, aber erst mal gehen wir diesen Weg hier weiter in Richtung Komplexität und dann sehen wir, wie das mit den Sprachklassen teilweise integriert werden kann wieder. Beispiele dafür finden wir auch leicht. SAT, die Sprache der Erfüllbarkeit in der Aussagenlogik, ist in D-Time 2 hoch n. Also D-Termin ist D-Time 2 hoch n. SAT ist außerdem in D-Space n. Wieso das schon wieder? Naja, man kann das Erfüllbarkeitsproblem in linearem Speicher lösen. Das hatte ich beim letzten Mal argumentiert. Linear beschränkte Automaten können Erfüllbarkeit prüfen, indem sie jede Zeile der Wahrheitswertetabelle im Prinzip einzeln betrachten und immer nur eine davon im Speicher haben. Okay, also das heißt, SAT ist in zwei der Klassen. Das sollte uns jetzt nicht überraschen. Die Klassen müssen ja nicht disjunkt sein. Also es kann sein, dass eine Sprache in vielen Klassen ist. Es kann auch sein, dass zwei Klassen genau gleich sind und trotzdem unterschiedlich heißen. All diese Dinge müsste man erstmal untersuchen und die werden untersucht. Und da gibt es auch viele Ergebnisse, aber wie wir auch sehen werden, auch viele Dinge, die man nicht weiß. Okay, da haben wir also schon mal ein bisschen was, wo wir SAT einordnen können. Zweites Beispiel, das Halteproblem. Ich habe es schon mal erwähnt, das unentscheidbare Halteproblem, für das es keinen terminierenden Algorithmus gibt, der es korrekt löst, ist in keiner Klasse dieser Form die Time von F oder die Space von F. Ganz einfach, weil alles, was in einer dieser Klassen liegt, durch eine Turing-Maschine entschieden wird, die entscheidet, also auch hält. Und wir wissen, beim Halteproblem geht das nicht. Das heißt also, es gibt durchaus auch Probleme, die, obwohl wir jetzt so viele Klassen haben, in keiner der Klassen liegt. Also das ist in gewisser Weise gewollt, weil in der Komplexitätstheorie interessiert man sich für das Verständnis von Problemen, die an sich lösbar sind. Also man unterteilt die entscheidbaren Probleme in Klassen. Wenn man die unentscheidbaren in Klassen unterteilt, bekommt man auch interessante Theorien, aber das nennt sich dann nicht Komplexität, sondern eher Rekursionstheorie oder Entscheidungsstheorie. Kann man auch eine Menge Klassen definieren, aber ist ein bisschen weit weg von der Anwendung im Vergleich zu dem, was wir hier machen. Okay. Gut. Also viele Automatenmodelle, viele Sprachklassen. Da stehen wir jetzt. Wir wissen aber, dass es potenziell noch viel mehr von alledem geben könnte. Nicht wahr? Denn als ich Ihnen über Turing-Maschinen erzählt habe, habe ich auch gesagt, naja, die Turing-Maschine, dieses vereinfachte Algorithmenmodell, kann man auch selbst schon auf verschiedene Arten und Weisen definieren. Das ist also nicht ganz fest vorgeschrieben, wie genau Turing-Maschinen aussehen. Wir machen das auf eine bestimmte Art in diesen Videos. In einem Lehrbuch macht es vielleicht der eine oder die andere etwas anders. Und in den meisten Fällen ändert das nichts daran, was man mit dieser Turing-Maschine tun kann. Das war die Church-Turing-These. Alle Berechnungsmodelle sind in gewisser Weise äquivalent. In dem Sinne, dass das, was berechenbar ist, überall berechenbar ist auf diesen mächtigen Turing-vollständigen Modellen. Und es da keine kleinen Unterschiede in den Details gibt. Aber wie ist es jetzt, wenn wir die Ressourcen beschränken? Wenn ich plötzlich sage, ich habe nur linear viel Speicher zur Verfügung, macht das da wirklich keinen Unterschied, ob meine Turing-Maschine nur auf einer Seite das Band erweitern kann oder auf beiden. Oder ob sie nur ein Band benutzt oder mehrere. Ob sie deterministisch ist oder nicht deterministisch. Es gibt ja ganz viele verschiedene Versionen von Turing-Maschinen. Und auch wenn die im Prinzip das Gleiche können, heißt das ja nicht, dass sie das mit den gleichen Schranken auch erreichen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Wir wollen eigentlich ungern diese vielen Klassen, die wir jetzt gerade eingeführt haben, auch noch zusätzlich für alle möglichen Versionen von Turing-Maschinen einzeln betrachten. Dann wird es wirklich etwas kompliziert. Und vor allem auch deshalb, es ist ja nicht nur die Turing-Maschine nicht wahr. Als Algorithmenmodell ist das ja auch nur eine Abstraktion von der Praxis her. Also die Algorithmen, die uns wirklich interessieren, sind ja Algorithmen in Java oder in Assembler meinetwegen oder in irgendeiner anderen konkreten Sprache. Und wenn schon die Turing-Maschinen sich alle unterscheiden in ihrem Aufwand und ihrem Verhalten, dann dürfen wir das auch bei den Programmiersprachen wieder erwarten und bei den Rechner-Architekturen wieder erwarten und so weiter und so fort. Also das heißt, dann fängt man an, wirklich für jedes Detail in der Implementierung, in der Hardware eigene Ergebnisse zu ermitteln. Und so ist das Leben für Leute, die algorithmische Komplexität studieren und untersuchen, wie genau, wie effizient man im Detail ein bestimmtes Problem lösen kann, manchmal tatsächlich. Also da kommt es wirklich manchmal auf diese Details an. Aber wir sind faul, wir wollen es uns ein bisschen leichter machen und hoffen, dass wir das ein bisschen umgehen können. Also Maschinenmodelle. Es gibt unterschiedliche Maschinenmodelle. Große Frage, sind diese Klassen, wie ich sie gerade definiert habe, die Time und die Space mit F als Funktion für alle diese Modelle gleich? Die Antwort ist, naja, vereinfacht gesagt, bei vielen kleineren Variationen sind sie es im Prinzip schon. Aber nicht bei allen Fällen und in manchen Fällen wissen wir es auch einfach nur nicht so genau. Da ist das endgültige Urteil noch nicht gefallen. Was kann man zum Beispiel sagen? Jede OFN zeitbeschränkte K-Band-Turing-Maschine kann durch eine O von, unglücklicher Zeilenumbruch, O von K mal F Quadrat N zeitbeschränkte Einband-Turing-Maschine simuliert werden. Okay, also wenn Sie ein Problem in Zeit F auf K-Bändern lösen, können Sie es auch mit einem Band lösen, aber dann ist es plötzlich nicht mehr in Zeit F. Zumindest wissen wir darüber nichts, sondern das Beste, was wir schaffen, ist etwas, was linear in der Anzahl der Bänder K ist. Das wäre vielleicht eine Konstante, wenn Sie sich nur für konstante Bandzahlen interessieren. Aber was vor allem auch quadratisch viel Zeit braucht. Ich setze das Quadrat hier hinter das F, um zu betonen, dass wir den Ausgabewert von F quadrieren und nicht etwa das N, was als Eingabe verwendet wird. Okay, das haben wir sogar gezeigt. Können Sie ein Video dazu finden, Vorlesung 18, unten in den Links sehen Sie, wo die Vorlesungen zu finden sind. Und dort finden Sie dann auch wieder die Links auf die Videos, wenn Sie das nachschauen wollen. Einfacher gesagt, wenn man auf mehrere Bänder verzichtet und sich mit einem begnügt, dann hat man dadurch maximal quadratische Zeitkosten und einen Faktor K. Das ist für einen Praktiker nicht so schön. Quadratisch ist unter Umständen ein Problem. Quadratisches Laufzeitverhalten ist mit Sicherheit ein Problem, wenn Sie große Datenmengen verarbeiten wollen in der Praxis. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir ein paar Schritte zurücktreten, ist das nicht so schlimm. Es ist eine polynomielle Änderung des Aufwands. Und auch sehr schön, dass wir das so allgemein hinschreiben können überhaupt. Das geht also nicht nur für einen bestimmten Algorithmus, den Sie auf einer K-Bahn-Touring-Maschine lösen können, sondern ganz allgemein für alles, was man damit machen kann. Und in jedem Fall schaffen Sie es mit diesem Aufwand. In konkreten Fällen kann es gut sein, dass Sie es auch mit weniger Aufwand schaffen. Aber so im Allgemeinen ist das das Beste, was wir haben. Gut. Sie sehen also, die Änderung ist vielleicht nicht riesig, aber die Änderung ist da. Also das ist nicht das Gleiche, die Time, wenn man jetzt von K-Bändern auf ein Band wechselt. Denn O von F und O von F² sind zwei verschiedene O-Klassen. Okay. Problem vielleicht nicht riesig, aber es ist da. Um diesem Problem zu entgehen, damit wir jetzt nicht wirklich für jede Anzahl an Bändern und für all die anderen Möglichkeiten bei Turing-Maschinen-Modellen eigene Sprachklassen definieren müssen, hilft es, dass man noch allgemeinere Sprachklassen definiert. Die Sprachklassen sind ja schon relativ allgemein. Wir haben hier ein verstecktes O drin, also wenn ich hier die Time von F schreibe, dann sind da schon sehr viele konkrete Funktionen drin erfasst für die Ressourcenbeschränkung. Aber wir wollen das noch gröber machen, noch allgemeiner, noch mehr Dinge in Eins werfen, in einen großen Topf werfen, mit dem Ziel, dass dann kleinere Änderungen nicht dazu führen, dass etwas überschwappt aus dem Topf, um mal im Bild zu bleiben. Also, dass der Topf uns doch wieder zu klein wird und wir in einen anderen Topf schauen müssen, um noch zu verstehen, was passiert. Wie hier, wo wir von F zu F² gewechselt sind, das wären ja momentan zwei verschiedene Töpfe. Und das heißt, zwei verschiedene Fragen und neue Probleme, die man sich anschauen wollte. Also, einfacher wäre es, wenn man das alles irgendwie unter einem Dach hätte. Und das kann man machen, indem man einfach die Töpfe, die sich sehr nahe stehen, die also sehr, wo man häufig hin und her wechselt, wenn man kleinere Änderungen in der Implementierung macht, zu vereinen und als eine große Sprachklasse aufzufassen. Und das ist das, was in der Komplexitätstheorie gemacht wird. Und auf diese Art definieren wir das, was man eine Komplexitätsklasse nennt. Das sind Sprachklassen für Probleme, die man meistens dadurch erhält, dass man viele, oder dass man das, was eine relativ allgemeine Gruppe von ressourcenbeschränkten Turing-Maschinen tun kann, n zusammenfasst. Und da sind wir jetzt wieder auf vertrautem Terrain. Vieles davon haben Sie schon mal gehört. Zum Beispiel, polynomielle Zeit schreiben wir als Klasse P-Time und ist formal definiert mit dem, was ich jetzt eingeführt habe, indem wir sagen, es ist die Vereinigung von T-Time für n hoch d für alle gerade Degree, ja, d, d Größe gleich 1. Also das heißt, ich nehme nicht getrennt T-Time von n und T-Time von n Quadrat und T-Time von n hoch 3, so wie ich das bisher hatte, sondern ich vereine all diese Dinge in eine große Klasse, die alle Polynome enthält und die für jedes beliebige Polynom eine Klasse enthält, in der die entsprechende Ressourcenbeschränkung zulässig ist. Und all das zusammen nennt man P oder P-Time. Polynomielle Zeit. Exponentielle Zeit, manchmal kurz X, manchmal X-Time, wenn man auf die Zeit hinweisen will, so ähnlich definiert eine Vereinigung über viele verschiedene Grade von Polynomen, nur dass das Polynom jetzt im Exponenten steht. Was hier unten steht, die 2 ist egal, könnte auch eine 3 sein oder eine 4, das wäre genau die gleiche Klasse. Sie können ja mal überlegen, warum. Tipp hat mit der U-Notation zu tun, ja. Okay. Gut. Exponentielle Zeit. Es ist interessant und bemerkenswert, dass wir hier Polynome im Exponenten haben und nicht einfach nur n. Wenn man nur n hat, mit linearem Faktor vielleicht, bekommt man eine andere Klasse, die heißt E-Time. Nebenbemerkung, ja. Also das ist das, wie man normalerweise exponentielles Zeitverhalten definiert in der Informatik. Okay. Natürlich kann man auch bei Speicherklassen definieren. Da würde ich Ihnen auch nur zwei nennen jetzt, die die wichtigsten sind. Da fangen wir ein bisschen weiter unten an. Und zwar mit logarithmischem Speicher. Logspace. Kurz. Einfach nur L. Das deutet darauf hin, was für eine wichtige und prominente Klasse das ist, dass man so eine kurze Bezeichnung dafür verwendet hat. Das ist mal keine Vereinigung. Das ist wirklich einfach nur die Space, also die Speicherbeschränkung, die in deren Funktionen in U-Log-N liegen. Und auch hier ist die Basis des Logarithmus egal. Und wir brauchen auch keine Polynome hier anstatt von n zu betrachten. Und ja, man kann sich auch überlegen, wieso das bei n so ist. Trotzdem gibt es natürlich einen Unterschied zwischen dem Quadrat vom Logarithmus oder der Dreierpotenz, der dritten Potenz des Logarithmus und dem einfachen Logarithmus. Das sind schon unterschiedliche Klassen. Also das hier ist nur der einfache Logarithmus. Logarithmen, Sie wissen es, wachsen viel langsamer als lineare Funktionen. Das heißt, das ist ziemlich wenig Speicher. Der Grund, dass man mit so wenig Speicher anfängt, ist, dass Speicher sehr viel Macht, sehr viel Kraft hat. Man braucht nicht viel Speicher, um sehr lange zu rechnen. Sie haben das ja gesehen bei SAT. Schwieriges Problem, exponentiell viel Zeit, aber wir schaffen es trotzdem mit linear viel Speicher. Der Grund ist, dass man Speicher wiederverwenden kann. Aber Zeit leider nicht. Das ist die Tragik unseres Lebens in gewisser Weise, dass man mit der Zeit mehr haushalten muss als mit dem Speicher. Na gut, Speicher kommt bei uns nicht so oft vor. Okay, P-Space. Polynomialer Speicher genauso definiert wie Polynomialer Zeit. Hier schreibt man aber immer Space dahinter, denn sonst würde man es ja verwechseln mit dem kleinen P des P-Teils. Kurzen P, sollte ich sagen. Klein ist es nicht. Okay, das also die wichtigsten Klassen. Gut. Okay. Wie gesagt, hoffentlich gar nicht so kompliziert. Aber Sie fragen sich jetzt vielleicht, wenn Sie so drüber nachdenken und mitgegangen sind mit dem, was ich gerade erzählt habe. Logspace? Hallo? Das geht doch überhaupt nicht. Ist doch Quatsch, was der uns hier erzählt. Wie soll denn das bitte schön gehen? Für Zahlen, die größer sind als 1, gilt, dass der Logarithmus der Zahl kleiner ist als die Zahl. Also das heißt, es ist eine sublineare Funktion. Die wächst langsamer als n. Und das ändert sich auch nicht, wenn wir noch einen linearen Faktor davor stellen. Das wird zwar kurzzeitig reichen, um etwas größer zu sein als n, aber der Logarithmus wächst so langsam, dass er am Ende doch wieder kleiner ist als n selbst. Das ist aber doch irgendwo ein Problem, oder? Denn eine so speicherbeschränkte Turing-Maschine darf insgesamt also weniger Speicher verwenden, als die Eingabe überhaupt braucht. Und das geht doch eigentlich gar nicht. Wir haben doch gesagt, bei einer Turing-Maschine, die Eingabe wird in den Speicher geschrieben. Und dann arbeiten wir darauf los, wenn der Speicher selbst schon so klein ist, was soll ich dann, wie soll ich dann überhaupt rechnen? Wie soll das überhaupt erlaubt sein, dass ich eine Eingabe bekomme? Und ja, tatsächlich, das würde so nicht funktionieren. Und um dieses Problem zu lösen, macht man einen kleinen Kniff, wendet man da an. Man definiert solche sublinear speicherbeschränkten Turing-Maschinen, wie beim Logarithmus zum Beispiel, dadurch, dass man eine Mehrband-Turing-Maschine verwendet. Die Idee ist einfach, man hat ein Eingabeband, das nicht so eng speicherbeschränkt ist und auf dem die Eingabe steht. Es darf aber dieses Band nur die Eingabe enthalten. Man darf es nur lesen, aber nie beschreiben. Das heißt, das ist ein Festspeicher. Sie könnten sich vorstellen, irgendeinen optischen Datenträger, eine DVD, eine CD, und die kann viele Daten enthalten, aber Sie haben nicht die Möglichkeit, sie zu verändern. Das, was Sie beim Algorithmus verwenden können, um zu arbeiten, Ihr Arbeitsspeicher, das ist ein zweites Band, das Arbeitsband. Und die Turing-Maschine darf nur auf diesem Arbeitsband schreiben und natürlich auch lesen, aber dieses Band ist klein. Es hat nur logarithmisch viele Speicherzellen. Also das ist dieses Modell. Großer Festspeicher als Eingabe, aber ein kleiner Arbeitsspeicher, um damit dann zu rechnen. Das genügt. Mit so einem Modell mit zwei Bändern kann man Sprachen erkennen. Sie erinnern sich, die Turing-Maschine, wenn sie ausgeben möchte, ja, akzeptiert, dann muss sie nur in einen bestimmten Zustand wechseln und anhalten. Wenn sie das nicht aus tun will, dann hält sie in irgendeinem anderen Zustand an. Das heißt, wir brauchen hier nicht über Ausgabe nachzudenken. Man kann auch allerdings über logarithmisch speicherbeschränkte Algorithmen nachdenken, die eine Ausgabe berechnen, also die irgendetwas, irgendwelche Bits und Bytes zurückliefern von ihrer Berechnung. Und auch das kann man ziemlich leicht realisieren, indem man einfach noch ein drittes Band hinzufügt, auf den man nur schreiben darf, aber nicht mehr lesen und auch nicht zurückgehen. Das heißt, das ist so eine Art wie ein Ausgabestrom, in den ich reinschreibe, aber der mir nichts nützt als Arbeitsspeicher, mit dem ich weiterarbeiten kann. Und auf diese Art können logarithmisch Turing-Maschinen auch große Ausgaben erzeugen und Dinge also umrechnen, wenn das mal nötig sein sollte. Okay, gut, damit haben wir Logspace und haben die vier kleinen Klassen, die ich Ihnen hier eingeführt habe, schon ganz gut verstanden. Und auf dieser Abstraktionsebene möchte man in der Komplexitätstheorie bleiben. Also wenn ich gesagt habe, wir wollen jetzt zusätzlich zu diesen Chomsky-Klassen, reguläre Sprachen, kontextfreie Sprachen und so weiter, noch ein paar andere Sprachklassen betrachten, dann sind das eben diese P-Time, Exp-Time, Logspace, P-Space. Es gibt noch viele andere, aber für die wichtigen Anwendungsfälle sind wir da schon ganz gut dabei. Okay, das sind also die Klassen, die uns jetzt interessieren von Sprachen. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, Chomsky-Hierarchie, da war das wunderbar, eine kleine Hierarchie. Es gab die vier Klassen und man hatte, es wurde immer allgemeiner, ja, jede reguläre Sprache ist auch kontextfrei und so weiter. Wie ist das jetzt mit unseren hier eingeführten Komplexitätsklassen? Wie verhalten die sich zueinander? Und tatsächlich ist das eine der großen und wichtigen Fragen in der Komplexitätstheorie, die in allerlei Formen immer wieder auftritt, ist ja auch klar. Denn wenn ich so eine Frage stelle wie, ist Exp-Time gleich P-Time, dann ist das praktisch übersetzt. Die Frage, kann jeder Algorithmus, kann jedes Problem, das ich in exponentieller Zeit lösen kann, auch mit einem schlaueren Algorithmus in polynomierler Zeit gelöst werden? Das wäre schön, ist leider nicht so. Aber man sieht, dass das also auch offensichtliche praktische Aspekte mit sich bringt, wenn man diese Dinge in Beziehung setzt. Denn meistens gibt es einfache Klassen, polynomierl, logarithmisch sind niedrige Ressourcenmengen und es gibt natürlich die schwierigere. Okay, was können wir also über die Beziehung dieser Klassen zueinander sagen? Naja, ein paar Sachen sind relativ klar und einfach. Wir haben ja nur zwei Ressourcen, die wir nur unterschiedlich beschränken und natürlich ist klar, wenn wir mehr Zeit lassen, werden wir auch potenziell mehr Dinge damit ausrechnen können. Das heißt also, mehr ist in dem Fall besser, stärker, größer. Und so ist es auch beim Speicher. Das heißt also, offensichtlich führen höhere Ressourcenschranken zu größeren Sprachklassen. Es ist aber leider oftmals nicht klar, ob man mit etwas mehr Ressourcen wirklich mehr oder einfach nur gleich viele Probleme lösen kann. Also ob man wirklich etwas gewinnt, wenn man Ressourcen hinzunimmt oder ob man nur mehr Algorithmen zulässt, um die gleichen Probleme zu lösen. Also ineffizientere Algorithmen erlaubt, aber dadurch nicht wirklich etwas erreichen kann, was nicht auch so schon ging. Bei unseren einfachen Klassen, die ich bisher eingeführt habe, ist das bekannt. Also p ist echt kleiner, hier sehen Sie, das Gleichheitszeichen ist durchgestrichen hier unten. Also p ist echt kleiner als exp, logspace ist echt kleiner als pspace. Das ist eine Seltenheit, dass wir das so klar sagen können in der Komplexitätstheorie. Aber es entspricht hoffentlich Ihrer Intuition. Also in polynomieller Zeit kann ich weniger machen als in exponentieller Zeit. Weiterhin kann man Speicher mit Zeit in Beziehung bringen. Das haben wir schon mal indirekt gemacht, denn die Idee ist in zwei Richtungen relativ einfach. Natürlich, wenn die Zeit beschränkt ist, wenn ich nur n viele Schritte rechnen darf, dann kann ich auch nur n Speicherzellen beschreiben. Denn in jedem Schritt kann ich höchstens eine Zelle beschreiben. Das heißt ganz klar, Zeitbeschränkungen beschränken indirekt auch immer den Speicher mit der gleichen Funktion. Umgekehrt ist es nicht ganz so eng. Wenn ich den Speicher beschränke, kann ich immer noch ziemlich lange rechnen, bevor ich irgendwann mal anhalten muss. Man kann exponentiell lang rechnen, bis man alle Möglichkeiten durchprobiert hat, die man in diesem Speicher betrachten kann. Und das machen wir ja auch, als wir SAT betrachtet haben in linearem Speicher. SAT geht durch alle denkbaren Belegungen systematisch durch, bis man eine gefunden hat, die erfüllt oder alle durchgegangen ist und dann sicher sein kann, dass es keine gibt, die erfüllt. Das kann sehr lange dauern, auch wenn man wenig Speicher braucht. Aber trotzdem gibt es eine obere Schranke. Das hatten wir schon mal besprochen in Polyson 20, Stichwort Konfigurationsgraf. Da hatten wir das auch genutzt, um ein endliches Übergangsdiagramm für die gesamte Berechnung uns zu überlegen. Zweiter Fakt. Log Space ist enthalten in P, ist enthalten in P Space, ist enthalten in X. Das folgt aus diesen beiden Dingen unmittelbar. Wenn ich einen Logarithmus habe und das exponentiell in Exponenten erhebe, dann habe ich ein Polynom. Die Polynomielle Zeitschranke ist auf jeden Fall höchstens so stark wie die Polynomielle Speicherschranke nach dem ersten Punkt. Und wenn ich Polynomier viel Speicher habe, dann kann ich höchstens das tun, was ich in exponentieller Zeit tun kann nach dem zweiten Punkt. Okay, also wir haben hier tatsächlich mit diesen vier Klassen auch wieder eine kleine Hierarchie von Problemen oder von Sprachklassen. Okay, machen wir mal ein paar Beispiele. Unsere Klassen sind zum Glück sehr robust, deshalb habe ich sie so allgemein definiert. Und das bedeutet, dass Details der Implementierung keinen Einfluss haben darauf, wo ein Problem eingeordnet ist. Das betrifft jetzt nicht nur die Turing-Maschinen-Modelle, sondern es betrifft auch den Algorithmus selbst. Wenn ich Ihnen jetzt grob skizziere, wie man ein Problem lösen könnte, dann sagen Sie vielleicht, naja, aber es ist gar nicht so klar, ob das wirklich in linearer Zeit läuft. Das hängt davon ab, wie schnell Ihre Listenzugriffsoperationen ist oder wie lange es dauert, zwei Zahlen zu addieren in Ihrem Speichermodell, im Rechenmodell oder wie auch immer. Aber wenn man Klassen hat, die so allgemein und so grob sind wie das, was ich hier definiert habe, dann spielt all das keine Rolle. Und wir können ganz grob sagen, wie man ein Problem löst und daraus schon ziemlich gut erkennen, in welcher Klasse es am Ende liegt. Okay, Beispiel. Erfüllbarkeit von propositionaler Hornlogik, habe ich vor Kürzem hier in den Videos besprochen, ist in P. Das ist also ein Sonderfall von Aussagenlogik. Bestimmte Formeln, die einfacher sind, in denen kein echter Nicht-Determinismus auftaucht. Es gibt kein echtes, keine Entscheidung zu treffen zwischen zwei oder mehr Dingen, die wahr sein könnten. Es kann alles abgeleitet werden durch deterministische Regelanwendungen. Das ist in Poinomierzeit möglich. Dafür habe ich auch einen Algorithmus definiert über die Resolution, Hyperresolution. Der Algorithmus liefert aber keinerlei Hinweis darauf, dass man es auch in Logspace schaffen könnte. Das heißt nicht, dass es nicht geht. Es heißt nur, dass mein Algorithmus dafür nicht geeignet wäre. Denn so wie ich das ausgerechnet habe, berechne ich einfach alle Dinge, die wahr sind, mit einem effizienten Verfahren. Und in einer linear großen Formel oder linear großen Menge von Horn-Klauseln können linear viele Dinge auftauchen, die wahr oder falsch sein können. Wenn ich die Waren alle speichere, brauche ich vielleicht linear viel Speicher und das ist nicht mehr Logspace. Warte. Nächstes Beispiel. Ja, Sie haben es schon selbst gelesen. Sat ist in ExpTime, aber auch in P-Space. Das sind alles beides nur Verallgemeinerungen dessen, was ich schon über Sat gesagt hatte. Das Wort Problem an jeder regulären Sprache ist in Logspace. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Es ist natürlich eigentlich in überhaupt kein Space. Also ich brauche keinen Arbeitsspeicher. Ein endlicher Automat ist im Prinzip ja nur eine Turing-Maschine, die keinen Speicher verwendet. Also kann man es auch sicherlich mit logarithmisch wenig Speicher schaffen. Geradezu mit noch viel weniger. Die Transformation einer Formel in Negations-Normalform ist auch in Logspace möglich. Das ist aber hier in dem Fall kein Spracherkennungsproblem. Da wollen wir nicht einfach nur wissen, ja oder nein, kann man die transformieren oder nicht. Das wäre ziemlich langweilig. Sondern wir wollen ja die transformierte Ausgabe haben. Und um so etwas zu berechnen, müsste ich meine Logspace-Maschinen eben mit einem Ausgabeband versehen. Dann würde das auch gehen. Gut, damit haben Sie schon eine Menge gelernt. Vier wichtige Klassen haben wir eingeführt. Und jetzt möchte ich in den letzten paar Folien noch ganz schnell das Gleiche machen für nicht-deterministische Turing-Maschinen. Das ist unter Umständen ein schwieriges Thema, aber ziemlich leicht zu definieren. Sie erinnern sich, nicht-deterministische Turing-Maschinen sind einfach Algorithmen, die bei ihren Rechenschritten raten dürfen, die also mehrere Möglichkeiten haben, wie sie in einer bestimmten Situation weitergehen. Und auf diese Art verschiedene mögliche Berechnungspfade beschreiten, wenn man eine gewisse Eingabe verarbeitet. Und das Tolle an der nicht-deterministischen Turing-Maschine ist, dass sie immer dann akzeptiert, wenn wenigstens einer dieser Pfade akzeptiert. Was man vorher in der Regel nicht gut wissen oder abschätzen kann, sondern erst dann weiß, wenn man sie alle durchsucht hat, wenn man es deterministisch lösen möchte. Okay, das heißt also, nicht-determinismus bedeutet, es gibt viele mögliche Pfade bei der Berechnung. Wenn wir jetzt Ressourcen beschränken, Zeit oder Speicher, für welchen Pfad beschränken wir es dann eigentlich? Sie könnten ja unterschiedlich lang sein. Es könnte sein, ein Pfad läuft unendlich, ein anderer hält nach kurzer Zeit, einer braucht mehr Speicher, der andere weniger. Worauf bezieht sich jetzt die Ressourcenbeschränkung? Welche Pfade meinen wir? Einfache Antwort, alle. Ja, also wir wenden genau die gleichen Beschränkungen wie bei deterministischen Algorithmen an und sagen einfach, das muss für jede mögliche Entscheidung gelten, egal was die nicht-deterministische Turing-Maschine in einem Schritt tut. Sei also F wieder eine Funktion und M eine nicht-deterministische Turing-Maschine. Wir sagen, dass sie OF-Zeit beschränkt ist, wenn es eine konkrete Funktion G in OF gibt, sodass M für eine beliebige Eingabe W auf jedem Berechnungspfad nach maximal G von Länge von W vielen Schritten anhält. Genau das Gleiche wie vorher. Das Einzige, was ich hier im Prinzip eingeführt habe, ist auf jedem Berechnungspfad und nicht-deterministische O. Beim Speicher ist es genau das Gleiche. Okay, also ganz einfach, wenn Sie das verstanden haben, weil ich gerade über deterministische Maschinen gesagt habe, dann wissen Sie auch schon das hier über nicht-deterministische. Das bedeutet also, wir fordern, dass die nicht-deterministische Maschine auch bei erfolglosen Pfaden garantiert von selbst hält. Also, Sie darf falsch raten, aber das muss Sie an irgendeiner Stelle merken. Also, wir erwarten, dass es keine unendlichen Pfade gibt. Das kann man aber in der Praxis immer erzwingen, wenn die Beschränkung selbst für die Turing-Maschine berechenbar ist. Also, wenn die Turing-Maschine, grob gesagt, ja, wenn die Turing-Maschine selbst weiß, wie viele Schritte sie zur Verfügung hat, dann kann sie sich selbst stoppen, wenn sie zu lange läuft. Und das kann man machen auch bei einer nicht-deterministischen Maschine. Also, es ist keine sehr starke Beschränkung, wenn man das auf jedem Pfad fordert. Okay. So, das sind die nicht-deterministischen Turing-Maschinen. Damit bekommen wir jetzt nicht-deterministische Sprachklassen. Die sind auch genauso definiert wie vorher. Ich nenne sie aber jetzt n-time und n-space für non-deterministic time, non-deterministic space, statt d an diese Stelle zu schreiben. Und das ist auch einfach wieder die Klasse der entsprechenden Sprachen, die man mit so einer Beschränkung auf so einer nicht-deterministischen Turing-Maschine akzeptieren kann. Okay. Genau wie zuvor sind das wieder sehr viele Klassen für jede Funktion f. Potenziell eine neue Klasse. Und sie sind immer noch zu dicht, sodass man schnell mal von einer an die nächste rutscht. Deshalb bauen wir uns größere Gruppen, größere Töpfe und machen wieder ähnliche Dinge, wie wir gerade gemacht haben. Also NP, die Klasse der nicht-deterministischen Polynomialzeitalgorithmen, könnte man auch als NP-time schreiben, aber das ist wirklich sehr ungewöhnlich. NP, die vielleicht berühmteste Komplexitätsklasse der Informatik, eine ganz wichtige Klasse von vielen praktischen Problemen und gleichzeitig eine sehr mysteriöse, immer noch sehr wenig verstandene Klasse in der Informatik, die uns einige Kopfschmerzen bereitet. Ist aber ganz einfach definiert wie Polynomielle Zeit, nur mit nicht-deterministischen Turing-Maschinen. Was uns auch daran erinnern sollte, dass das N hier für Nicht-Determinismus steht und nicht für Nicht. Also NP heißt nicht nicht-polynomiell, sondern es heißt nicht-deterministisch-polynomiell. Genauso NEXP, die exponentiellen Algorithmen, die man mit nicht-deterministischen Turing-Maschinen machen kann, durchführen kann. NL, nicht-deterministischer logarithmischer Speicher und NP-Space, nicht-deterministischer Polynomiell-Speicher. Genau die gleichen vier Klassen wie eben im Deterministischen, nur mit dem N davor. Okay. Beispiel SAT, und jetzt wird es langsam interessant, SAT, unser Erfüllbarkeitsproblem, ist in NP. Wie das? Wie können wir das Polynomiell lösen, wenn wir Nicht-Determinismus haben? Naja, man kann den naiven Erfüllbarkeitstest, der einfach alle Belegungen durchgeht, um eine Erfüllende zu finden, auch so implementieren mit einem nicht-deterministischen Algorithmus, dass man zunächst die Wertzuweisung einfach rät, die getestet werden soll. Falls die Wertzuweisung, die man geraten hat, eine Erfüllende war, kann man sofort ausgeben, ja, ist erfüllt. Und das kann man in Polynomiell-Zeit prüfen. Also man kann in Polynomiell-Zeit die Wertzuweisung raten und in Polynomiell-Zeit die Wertzuweisung testen, ob man richtig geraten hat. Das Problem ist natürlich, wie funktioniert das Raten, ja. Deterministisch wissen wir nicht, wie wir die richtige Wertzuweisung auf Anhieb raten, wenn es eine solche gibt. Aber für einen nicht-deterministischen Algorithmus kein Problem. Wenn irgendeine Möglichkeit des Raten Erfolg hat, muss das Gesamtergebnis erfolgreich sein bei so einem Algorithmus. Okay, satt ist in NP. Wie verhalten sich jetzt diese Klassen zu den anderen, die wir schon eingeführt haben? Wir haben ja jetzt acht Klassen, ja, die vier, die ich schon am Anfang hatte und nochmal vier, die wir jetzt gerade definiert haben. Zunächst einmal kann man sagen, die Klassen untereinander im nicht-deterministischen Bereich haben genau die gleichen Beziehungen wie auch im deterministischen, also aus dem gleichen Grund, ja. Also NL ist in NP, NP ist in PSPACE, NP-SPACE ist in EXP. Das ist also auch wieder eine kleine Hierarchie. Zweitens, man kann natürlich mit einer nicht-deterministischen Maschine alles das tun, was eine deterministische auch kann, ja. Das heißt, L ist in NL, P ist in NP, PSPACE ist in NP-SPACE, EXP ist in NEXP. Klar, nur eine Möglichkeit beim Raten zu haben, ist auch eine denkbare Art und Weise, einen nicht-deterministischen Algorithmus zu implementieren. Okay, das heißt, N ist stärker als D oder höchstens, manch vielleicht auch genauso stark. Das ist die Frage, aber es ist zumindest nicht schwächer. Nächstens, und das ist jetzt schon wieder interessant und nicht ganz so trivial, aber für uns leicht, weil wir es schon gesehen haben, man kann nicht-deterministische Turing-Maschinen mithilfe von deterministischen simulieren. Und zwar so, wie man das intuitiv als Informatiker auch tun würde. Man probiert einfach systematisch alle Möglichkeiten des Ratens aus. Das kostet aber, ja, denn alle Möglichkeiten durchzutesten ist exponentiell, da es exponentiell viele Möglichkeiten gibt in der Regel. Und haben wir auch gesehen in der Vorlesung, wie das aussehen könnte. Das heißt, da gibt es einen exponentiellen Ressourcenanstieg eventuell. Und dann gibt es noch ein noch viel weniger triviales Ergebnis, nämlich der berühmte Satz von Savage, den wir Walter Savage zu verdanken haben. Der besagt, dass speicherbeschränkte N-TMs durch deterministische Turing-Maschinen mit nur quadratischen Mehrkosten simuliert werden können. Das heißt, im Gegensatz zur Zeit, die ich benötige, wo der Schritt von N zu D exponentiell viel Zeit verbrauchen kann, kann ich beim Speicher Nicht-Determinismus verschwinden lassen zu quadratischen Kosten im Speicher wieder. Also quasi ein Schnäppchen, wenn man so will, verglichen mit dem, was wir hier bezahlen. Insbesondere gilt damit unmittelbar, P-Space ist das gleiche wie N-P-Space. Also von unseren acht Klassen sind schon nur noch sieben übrig. N-P-Space können wir vergessen. Die ist nämlich genau das gleiche wie P-Space. Warum kommt das dadurch durch diesen Satz raus? Naja, quadratische Mehrkosten sind nicht unterschiedlich genug, um den Topf zu verlassen. Der polynomielle Speicher ist so allgemein, dass das Quadrat von dem Polynom immer noch ein Polynom ist. Und das heißt, sie bleiben in P-Space. Und also wenn sie ein Polynom haben, was sie auf N-P-Space beschränkt und dann das N eliminieren, dann haben sie eine Beschränkung im Quadrat dieses Polynoms. Und das ist immer noch Polynom. Okay, alles zusammengefasst sehen Sie hier unten die wichtigsten Beziehungen. L ist in NL, ist in P, ist in NP, ist in P-Space, ist gleich N-P-Space, ist in Exp, ist in N-Exp. Okay, gut. Also eine ganze Menge Beziehungen, die da bekannt sind. Und es ist immer netterweise zumindest bis hierhin noch eine Hierarchie. Also die leichtesten oder die einfachsten Algorithmen, die stärkste Beschränkung habe ich hier unten in L. Die aufwendigsten Verfahren habe ich hier in N-Exp. Und bisher, ja, man kann auch beliebig weit gehen. Und wir sehen also, wenn man sich merkt, wie diese Zusammenhänge sind, dann kann man auch zumindest gut einschätzen, wo man sich ungefähr befindet. Auch wenn man in einer etwas seltsameren oder vielleicht einem nicht so geläufigen Klasse landet, kann man sehen, aha, das ist schwieriger als polynomiell oder das ist leichter als exponentiell. Oder zumindest nicht schwer. Okay, gut. Das also die bekannten Beziehungen. Und man könnte noch viel, viel mehr über die Beziehungen sagen. Aber das soll uns hier reichen. Es ist auch so, dass vieles tatsächlich schon auf dieser einfachen, grundlegenden Ebene unbekannt ist und immer noch mysteriös für uns. Wir wissen wirklich nur das, was ich Ihnen gerade gesagt habe und vieles andere nicht. Also insbesondere wissen wir nicht, ob irgendeine dieser Inklusionen echt ist. Es könnte sein, dass L und NL sich gar nicht unterscheiden. Wir haben ja gesehen, bei P-Space und N-P-Space ist das ein bekannter Fakt schon seit langem. Aber bei den anderen wissen wir nichts darüber. Wir wissen nicht, ob NL und P sich unterscheiden. Wir wissen nicht, ob P und N-P sich unterscheiden. Ein ganz wichtiges Problem. Dazu werde ich noch mal was sagen in einem anderen kurzen Video. Wir wissen tatsächlich nicht mal, ob einige der nicht direkt benachbarten Klassen unterschiedlich ist. Zum Beispiel weiß man nicht mal, ob L echt kleiner ist als N-P. Also nach dem, was wir wissen, wäre es durchaus denkbar, dass alle N-Probleme in N-P sich genauso gut mit nur logarithmischem Speicher, also auch in Purnomierer Zeit unter anderem, lösen lassen. So ein großer Sprung und trotzdem kann keiner sagen, dass es direkt einen Unterschied gibt. Und das gilt auch weiter oben in ähnlicher Form, dass man diese Unterschiede nicht sicher kennt. Wenn zum Beispiel zwischen N-P und X-P wissen wir auch nicht genau, ob da ein Unterschied besteht oder nicht. Okay, das ist also ziemlich erbärmlich, aber es zeigt sich auch, dass diese Probleme wirklich sehr schwer sind. Also es liegt hier nicht an fehlendem Interesse oder Unfähigkeit der beteiligten Forscher, die sich damit beschäftigen, sondern das sind tatsächlich sehr komplizierte Zusammenhänge, die man da ergründen muss. Und einige dieser Fragen gelten nicht zu Unrecht als die größten offenen Fragen in der Informatik. Es wird aber in der Regel vermutet, dass die Inklusionen alle echt sind. Also auch wenn das bisher keiner und keiner beweisen konnte, leider, ist das das, was man meistens annimmt, dass die Dinge, von denen wir noch nicht wissen, dass sie gleich sind, tatsächlich in Wahrheit ungleich sind. Das ist zumindest die Hypothese, unter der wir oft arbeiten. Ob das gerechtfertigt ist, wie gesagt, ich werde nochmal für P und N-P ein bisschen darüber diskutieren. Ein paar wenige Fälle haben wir, in denen wir garantiert wissen, dass zwei Klassen sich unterscheiden. Das sind Klassen, die hier oben schon ziemlich weit auseinander liegen. N-L zum Beispiel ist echt kleiner als P-Space, P ist echt kleiner als Exp, N-P ist echt kleiner als N-Exp. Immer dann, wenn wir einen exponentiellen Sprung in der Ressource machen und das gleiche Maschinenmodell verwenden, erhalten wir eine echte Vergrößerung. Das ist zumindest bekannt. Ein paar andere Sachen auch, aber nicht so sehr viel mehr und nichts, was ich auf dieser Ebene mit diesen Klassen noch ausdrücken könnte. Okay. So, damit wissen Sie jetzt schon eine ganze Menge zum Thema Komplexitätstheorie. Ich hatte versprochen, es wird ein längeres Video, es ist ein längeres Video geworden. Ich habe aber auch ein paar Dinge ein bisschen ausführlicher erklärt und diskutiert, als das vielleicht nötig ist im strengen Sinne. Ich hoffe, es war Ihnen nicht zu viel Wiederholung. Das sind also die großen verschiedenen Klassen der Informatik, in die wir grob alles oder vieles von dem, was wir rechnen, einteilen. Und mit diesen Klassen kann man jetzt noch weiter arbeiten. Man kann noch ein bisschen was darüber sagen. Und insbesondere, wie ich schon sagte, von großem Interesse ist die Klasse NP, eine ganz wichtige Klasse. Und darüber werde ich Ihnen noch ein bisschen was sagen, weil ich wirklich glaube, dass jeder und jede, die mit Informatik zusammenhängende Studiengänge belegt, davon etwas gehört haben sollte, weil es nicht nur wichtig ist oder interessant, sondern auch ziemlich spannend, was dort noch rauskommen wird. Vielleicht auch in unseren Lebzeiten, wer weiß. Das heißt also, beim nächsten Mal geht es ein bisschen mehr um NP. Es geht noch mehr um die Beziehung zur Aussagenlogik. Und ganz am Ende will ich dann auch nochmal den gesamten Kreis schließen zu unseren formalen Sprachen und den Automatenmodellen dort und alles nochmal versuchen, zusammen zu betrachten. Mal sehen, wie weit das gelingt. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.